Ich habe dich in die Wartanke, Jungebeck. Nun, hier ist es. Der Grund, warum Menschen und Elf sind in einer never-endingen Krieg. Der Relik, für den Menschen und Elf sind bereit zu sterben. Der Star der Wahrheit. Einmal, zwei Tage, wir haben die Stik zurückgebracht. Unsere König war, aber jetzt ist es. Wer kontrolliert den Stik, kontrolliert die Universität. Keine Gäste an es zu lange, für die Macht ist zu viel für mere Mordos zu sehen. Jetzt hast du gesehen die Stik der Wahrheit, wir diskutieren. Bein ein Mitglied von meinem König kostet 9.95 für die erste Woche. 4.00$, was für die ist tax-deductible. Alarm! 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 Someone hat den Alarm! 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 Was ist es? Die Elf sind attackiert! Oh mein Gott! Defensive Position! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Komm, hilf uns! Was haben wir denn hier so schönes? Soapark! Ach ne Zeichnung... Ne Operationsbar ist nicht so gesehen. Hilf uns doch, Kind! An die Garten! Geh die Garten! Sie lassen nicht durch! Gib uns den Stik, Menschen! F*** dich, Drow-Elf! Komm und geh es! Clyde! Guard die Stik der Wahrheit, während wir die Fortressen schützen! Aye, aye! Aye, aye! Wir spielen nicht Piraten, Clyde! Douchebag! This is your chance, sich zu prüfen! Hold off the asshole-Elves at all cost! Elves attack! Ugh! Gut! Well, das ist nett nett. Du bist tot, Drow-Elf! Du hast tot, Drow-Elf! Potions wird dich heilen! Du hast tot! Runden für mich vorbei, wenn er ernst und zuerst entgegenstand. Ah, okay. Kannst du wieder angreifen. So geht das, meine Freunde. So geht das. Zwei mit einem Schlag. Oh, wir haben jetzt nun... Wir haben das Zeug gewonnen, meine Herren. Und nun den nächsten Kampf. Wieder mit zwei... Okay, wieder mit dem Fernkampf. Kontern, okay. Okay. Hm, okay, wie können wir das machen? Gut. Ach, shit, stimmt ja. Oh. Was muss die ersten hier sagen? Oh, ich bin mal verarscht. Das ging auf jeden Fall super. Und nun... Was soll man nun machen? Wir sind fertig. Ein Sieg. Ein EXP. Oh, können wir den luken? Halt mal den Kissen, neun Kind! Ich habe dich zurück. Ja, 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 ja. Oh! Was? Gegen die Katze? Da müssen wir aber helfen. Das geht so, wenn ich weiter... Das geht so nicht. Oh, wir haben hier ein Problem. Konter. Okay. Und ein Schild. Okay, der Typ hat eine Schild. Schild sind super weich. Halt sie mit deiner einfachsten Hände, über und über. Und hör sie schnell! Das ist ein Schilder. Das ist Bush League. Use deinen normalen Angriff, damit du ihn wieder aufschraubst. Na gut. Ist das alles, was du hast? Hm? Ah, ok. Das ist wie du es machst. Der andere Elf legt seinen Schilder. Jetzt ist deine Chance. Power attack his Armour. Wir können ihn noch nicht. Das ist es. Jetzt fertig. Wir haben noch gekriegt. Ok, gut. War noch nicht. Ah, ist doch nur mal so. Wir sind immer besser. Nein, eigentlich nicht. Aber gut. Wir haben hier wieder... ...ein schöner... ...Gynia. Elf, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole Elf! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! He 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 he! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde! You are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. The duke might be a douchebag, but you sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Beep beep! Beep beep! Timmy! Guess I'm minding yourself now. You need any weapons or armor? Here's what we're selling today. Good choice. You need to be with him. Here we go! If you're Kenney didn't get one. You'll need to be with you. By the way, we need to build your understanding. We're not going to be with him. You can get an angel down. You can get an angel down. We're not going to be with you. Hold on, and we have to be with you. My life is gonna be at a young age when you'll stay. Waffennausätze, so rum, tut mir leid, ähm, ich hab die noch ausgehabt wegen vorhin, ähm, tut mir leid, tut mir leid, ähm, Blitzsticker, fügt den Effektor Angriff 10 Schockschalen zu, Feuer, ich glaub das ist, oh, ja, hier müssen wir lang gehen, äh, wir haben das, ich glaub wir warten auch mit dem Ding, ne, wir warten auch mit dem, aber, ähm, wir haben jetzt offenbar, was ist denn das hier, oh, Brief an den Token, können wir jetzt anfassen, können wir anfassen, wie das nicht, oh, schade, und danke sehr, äh, fürs Erinnern, dass ihr meine Stimme nicht hört, danke sehr, vielen Dank, wir haben hinten auch noch was, Brief, äh, Brief, äh, Brief, okay, Craig, Daniel Craig, glaub ich bestimmt nicht, die Kenny, die Narzisse, ach, die war, wo ist denn Kenny jetzt hin, wo ist denn Kenny hin, jetzt können wir das Ding zerstören, können wir nach oben, was ist denn hier, Aufhaltung verfügbar, cool, können wir hier was machen, nö, dann gehen wir da runter, so, können wir nochmal reingehen, mal kurz schauen, wie das jetzt aussieht da hinten, Kenny, ich hab was für dich, so genug, Kenny, die neue Freundschaftsanfrage, wir haben drei Freunde, wo ist denn da Chefin, ich dachte, wir werden hier, Freunde, ja, nicht so schnell, nicht so schnell, er braucht alles Zeit, er braucht alles Zeit, alles Zeit, ähm, Julie, ich hab sie, äh, ein paar Sekunden deaktiviert, da wir, oder da ich, äh, war das Hausschlüssel, Tempo, warte mal kurz, ach, das ist die Hauptmanage und das ist, das ist das, okay, kann man nicht, Ballers kommen hinter uns, ich glaub, der will gar nicht da mit uns kommen, Karte, okay, äh, hier ist die Questreihe, hier ist Inventory, hier unten ist die Gruppe, wir haben Ballers ausgewählt, da hat zum Beispiel, logischerweise, heilende Berührung, das ist aber sehr, sehr schön, heilende Berührung, dann können wir vielleicht ein paar Sachen mit uns machen, okay, wir haben hier was zum Erforschen, Ah, komm, süß, ne, überall Computer, ne, überall Chicken Wings, der Herr, überall Chicken Wings, der Karte, Mr. T, im Hintergrund, so, wir haben hier noch was, Ich glaub's ja nicht, gut, ach, die Puppe, die Wurde ist boh, Oh, Elektro-Date, oh, das sind viele Anspielungen, ne, wirklich viele Anspielungen hier, Oh, Sam, boah, der Roboter, ja, süß, ja, ein paar Anspielungen hat sie zumindest, zumindest sehr schön, oh, rechts oben, ja, tolle Wurst, links das Bild, wo er weint, Terence und Phil natürlich, im Hintergrund, im Hintergrund, ja, ja, Und da ist sogar ein Feature jetzt gerade hier drinnen, von dem, äh, nur Freunde träumen können, na, mit dem hat's dann, wo mit dem zweiten Teil was auf dem Gange, und dann können wir hier wieder weitergehen, Oh, wollen wir hier wirklich sein? Wollen wir hier wirklich sein? Naja, ist hier, war ja klar, ne Unterhose, Geld, Nehmen wir einfach mal mit, ein schwarze Dildo, lila Leidenschaft Dildo, zwei Endlich, super, und nen Hasen, Unterhose, war das ein Gegenstand, gut, trage ich mal nichts dazu, ähm, Das ist, wo die Magie passiert. Letzte Woche war Kartmann's Mom hier mit ein paar Männern und hatte eine ganze Menge Magie. Sie machte Hand-Magie und Butt-Magie. Du hast deine erste Farbe in der Hand. Wir können uns spritzen. Der Milch. Mann. Ich... ja. Also mit Kinderspielen hat das nichts zu tun. Ich glaube, das wird sogar langsam, glaube ich, hier auf YouTube... nein, auf YouTube nicht. Aber man weiß nicht, wo es sich hinführt hier. Und wir können auch noch... wir können auch Franchizen. Ja, das geht sogar. Wir können Franchizen. Hm, es riecht, wie der Wieser hier blut. Und Wieser auch. Oh, sieht aus, dass er die Flasche vergessen hat. Auch das können wir machen. Und nun wieder wir bei uns zu Hause. Wir duschen kurz mit Kleidern. Und wie immer... Fremdscheißen. Das ist ein Feature, kein Bug. Kloppenscheiße, willkommen im Geschäft. Das finde ich so... ah... so komisch. Kloppenscheiße mitnehmen. Aber... ja, die Dildos sind ja auch nicht gerade heilig gesegnet. Ist in der heutigen Sache auch ganz normal. Aber mit Kindern hat das wenig zu tun. Oh, Mrs. Cartman. Das habe ich heute nicht erwartet. Wir Freunde. Inventar. Wir haben ein paar Sachen mehr bekommen. Fügt drei Rüstungen hinzu. Fügt eine Rüstung hinzu. Und schwächt feinliche Gegner. 25% mehr Waffenschaden bei betäubenden Zielen. Brauchen wir immer besser hier. Ähm... So, haben wir hier Abwehrstulpen des Kämpfers. Oho. Doppel... doppel... Oh nö, machen wir nicht. Ähm... Brille... nö... Was hat's hier? Krams. Das können wir nicht machen. Es ist jetzt 43,3 Jahre später und AIDS ist immer noch witzig. Naja, das sind die wenigsten, aber ja, so ist es nun mal.